Sagt der große Stift zum Kleinen, wachst du ein Stift. Oh, ist der doof! Und mit diesem doofen Witz. Okay, ich stecke es schon weg. Hey, danke, dass du es besorgt hast. Gern geschehen. Begrüße ich euch herzlich willkommen zurück bei... Der Fotoautomat ist an. Ellie, das müssen wir ausprobieren. The Last of Us Left Behind. Ellie, na los. Du hast meine Kamera zerstört. Ich will neu holen. Na, dann legen wir mal los. Der Hase ist voll cool. Hm, funktioniert sogar noch. Oh, Themen. Was nimmst du? Probieren wir Freunde. Das ist aber niedlich. Ich bin der Frosch. Du kannst dir keine Figur aussuchen. Du bist das Häschen. Der Frosch soll es sein. Und los. Okay, lächeln. Wie ein Engel. Okay, was Gruseliges. Nach vorn, nach vorn. Oh, oh, jetzt mal eine Franz. Okay. 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 Jetzt ein Knirschgesicht. Okay, jetzt albern gucken. Okay. Schweinsnase. Oh, schon fertig. Okay. Hey, da sind wir ja. Wir sehen bekloppt aus. Aber trotzdem super. Okay. Oh, die sehen toll aus. Was ist ein Facebook? Vielleicht bildet das Gesicht dann ein Buch. Oder wir drucken uns die Bilder aus. Ja, drucken. Ich kann nicht fassen, dass das funktioniert. Ich weiß. Na ja, versuch. Okay. Oh, komm schon. Verdammt. Scheiße. Was ist jetzt passiert? Jetzt ist es kurz. Ich glaub, du hast recht. Mist. Also. Wollen wir uns weiter umsehen? Klar. Oh, ja. Ich hasse sie. Wieso klingt sie denn bitte so blöd? Ja, oder? So würde ich es machen. Ja. Achtung. Die 6 Uhr Schicht beginnt in 10 Minuten. Hm. Okay, jetzt ich. Jetzt ich. Alle Einwohner müssen stets einen aktuellen Ausweis bei sich tragen. Melden Sie jegliche Anzeichen einer Infektion sofort dem zuständigen Bereichsleiter. Nicht vergessen. Untätigkeit kostet Leben. Ja, blablabla. Ja, die Rolltreppe funktioniert. Komm her. Yeah, Rolltreppe fahren. Wow, schau dir das an. Wow. Boah, Videospiele. Oh, das gibt's doch gar nicht. Da funktioniert sogar noch eins. Nee. Da muss irgendwo eins funktionieren. Nein, sag jetzt nicht, er ist kaputt. Er ist kaputt. Mann, ich wollte so gern damit spielen. Kannst du doch. Wie? Okay, komm her. Schließ die Augen. Na los. Okay. Damit bewegst du dich. Damit boxt du und damit trittst du zu. Und zum Blocken den hier. Okay. Zuerst willst du deinen Charakter. Du spielst als die unaufhaltbare, krallenschwingende, umwerfend schöne Angel Knives. Soll ich mir das jetzt alles vorstellen? Augen zu. Hey, sorry. Sie steht am Rande des Schattentempels. Ein uraltes mystisches Gebäude, wo die Turniere der Unsterblichen stattfinden. Dein Gegner, Blackfang, tritt aus dem Tempel. So ein weißer Muskelberg mit drei Armen. Es ist auf dein Blut aus. Die Musik wird lauter, als er seine Kampfstellung einnimmt. Bereit? Und wie? Runde einer. Kampf. Überallt beginnt. Blackfang, rast auf dich zu. Er greift dich mit einem Doppelschlag an. Spring hoch! Ja, er schießt an dir vorbei. Du landest hinter ihm. Schnell, schlag ihm in den Rücken. So richtig als mit dem Ellbogen. Kostet ihm 15% Gesundheit. Ja! Er wirbelt herum und startet einen Schattenklauenangriff. Was soll ich tun? Zurück und blocke zum Kontern. Du musst ihn gleich noch nicht drücken. Was soll ich tun? Der Komm Typ. Der Komm bitte. Kannst du dir mal schlafen? Ha! Wir wollen unsipflocken, unsere deals. putting hier drauf liegt. Wir wollen unsipflocken. Geschafft. Und vom vorwärten so sie chaqueach給flieben. Ja, nach profits. circularer. O fierce. Der Bildschirm wird dunkel, Angel Knives Clown fangen an zu glühen, sie durchbohrt seinen Körper wieder und wieder, bis ihnen das Herz aus dem Oberkörper springt. Sie holt mit ihrem Bein aus und schlägt ihm mit einem Roundhouse-Tritt den Kopf ab. Eine Blutfontäne ergießt sich aufs Spielfeld. Das ist ein Ultra-Kill. Angel Knives reckt die Fäuste in die Luft. Du hast gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Nicht schlecht fürs erste Spiel. Und? War ganz okay. Ach, komm schon. Ja, hat Spaß gemacht. Hörst du das? Musik? Hey, hör mal. Wir sollten zurück. Ich muss zurück. Du hast noch jede Menge Zeit. Riley, ich kann mir solche Sachen nicht mehr erlauben. Wir machen einfach morgen weiter. Geht nicht. Na, dann halt irgendwann anders. Okay, Firefly-Braut, wann? Sie wollen, dass ich verschwinde. Verschwinden? Aus Boston. Ich soll zu einer Gruppe in einer anderen Stadt. Ich hab gesagt, dass ich in Boston bleiben will. Aber du weißt ja, wie Marlene ist. Nichts macht sie einem leicht. Alles ist ein Test. Sie holen mich morgen ab. Okay. Das war alles? Na, was willst du denn hören? Was weiß ich? Wie wär's mit einem guten Rat? Ich mein's ernst. Warum hast du mich hierher gebracht? Ich wollte dich sehen. Nein, warum hast du mich hierher gebracht? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Du willst mein Rat? Geh. Na los, verabschieden wir uns. Ich schau mal, woher die Musik kommt. Riley! Verdammt! Wo zur Hölle ist die hin? Riley! Riley! Okay, folgen wir hier. Der Musik nach. Der Musik nach.